So, herzlich willkommen zur vierten Session zum Physical Layer. Das wird diesmal auch die letzte Session sein. Wir werden heute nochmal über die Struktur des digitalen Kommunikationssystems sprechen. Das ist jetzt allgemein nochmal die funktionalen Blöcke erklärt. Und das machen wir jetzt erst, weil jetzt haben Sie eigentlich das Grundwissen, um das zu verstehen. Und als zweites werden wir prominente Beispiele für wichtige Physical Layer besprechen. Wir beschränken uns ja hier nur auf Netze mit Draht. Das kann Kupfer sein oder Glasfaser sein. Und ich werde daher über Kupfer, Ethernet und Glasfaser, Ethernet sprechen. Und wir werden da einfach mal die Physical Layer nebeneinander halten und mal schauen, was die dann machen. Also primär ist dieses Beispiel am Ende dann eben Ethernet. Kommen wir nochmal zur Struktur eines digitalen Kommunikationssystems. Also was Sie hier sehen, sind so die funktionellen Einheiten des Senders oben in dem Bereich. Unten sehen Sie die funktionalen Einheiten des Empfängers. Und in der Mitte haben wir ja hier den Kanal. Also das ist quasi das, was die Effekte, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, produziert. Und dann haben wir eben hier das Physical Layer und dann geht es hier hoch, bis wir dann am Ende tatsächlich bei unseren Daten landen. Im Empfänger und natürlich auch hier im Sender. Gehen wir das mal kurz durch. Und ich mache dann so ein paar Bemerkungen, an welcher Stelle wir was haben und was da gemacht wird. Also zum einen, was immer hilft, ist sich das jetzt entweder so als Ethernet-Karte vorzustellen im Kopf. Sie können sich das aber auch als Handy vorstellen, zum Beispiel als Feature-Phone. Dann haben Sie zum Beispiel als Datenquelle Ihr Mikrofon. Wenn wir jetzt Handys, also Mobilfunknetze sind ja digital, moderne Mobilfunknetze. Das heißt, auch Sprache wird digital übertragen. Das heißt, die Datenquelle hier wäre einfach das analoge Mikrofon. Und daraus wird jetzt zum Beispiel mit einem AD-Wandler irgendein digitales Signal gemacht, also ein Audiosignal. Das wird dann irgendwie kodiert. Das wird natürlich nicht in Reihenform übertragen, weil das ein bisschen zu groß wäre. Also eine zu hohe Bitrate hätte, also wird das runterkodiert. Das ist so eine Art, also es ist kein MP3, was da gemacht wird, aber so vom Grundansatz ist es ähnlich. Das ist eine verlustbehaftete Audiokompression. So, dann wird kanalkodiert. Kanalkodierung würde bedeuten, zum Beispiel, wir packen Redundanz noch zusätzlich zu unseren Quellbits rein. Also hier haben wir die Quellbits an der Stelle. Wenn wir jetzt da Redundanz hinzupacken, dann reden wir zum Beispiel von kodierten Bits, also Coded Bits, oder auch manchmal werden die dann auch Kanalsymbole genannt. Und diese Redundanz, ich hatte es beim letzten Mal schon erwähnt, hat dann den schönen Effekt, dass wir Fehler tatsächlich auch in Echtzeit korrigieren können, mit Hilfe dieser Redundanz-Bits. So, dann modulieren wir. Da machen wir zum Beispiel eine FSK oder eine ASK oder eben eine kompliziertere Variante davon, also zum Beispiel eine QAM, wo wir Phasen- und Amplitudenmodulation kombinieren. Das haben wir ja beim letzten Mal besprochen. Dann, also zumindest im Mobilfunk oder auch bei DSL, würden wir das auf den Träger rauf modulieren, also auf so eine Sinuswelle und das dann entsprechend übertragen, also dann absenden. Das wäre dann eine Breitbandübertragung oder eine Carrier-Modulation, oder eine Trägerübertragung, das haben wir hier unten den Fall, der ist hier nochmal erklärt. Oder wir würden, wie wir es zum Beispiel im klassischen Kabel-Ethernet machen, das direkt auf die Leitung legen, also im Prinzip so Analogie war dieser Schalter, also das komplette Signal geht auf die Leitung. Da die Leitung keine unbegrenzte Bandbreite hat, haben wir da natürlich irgendwo einen Tiefpass oben, also irgendwo bei einer bestimmten Frequenz wird das gedämpft und abgeschnitten, das Signal. Aber per se geht es erstmal so, wie es ist, also zum Beispiel als Rechtecksignal auf die Leitung. Das ist eine Alternative, die wir hier machen können, je nachdem, ob wir Basisband- oder Breitbandmodulation machen. Dann geht das Ganze durch den Kanal. Da kommen so ein paar Effekte drauf, also Rauschen. Hatten wir sehr häufig besprochen, weil das eben auch die fundamentale Grenze, die durch Shannon definiert wurde, wiedergibt. Also die fundamentale Grenze für unsere Datenrate wiedergibt. Dann geht das in den Empfänger aus dem Kanal. Also der Empfänger ist ja mit dem Kanal irgendwie verbunden, also zum Beispiel elektrisch oder über einen Optokoppler oder über eine Antenne und würde das Signal jetzt extrahieren. Das ist jetzt das Empfangssignal, was potenziell gestört ist und natürlich in der Regel erheblich leistungsgedämpft ist. Also eine erheblich geringere Leistung wird da dann heraus extrahiert durch den Empfänger und der würde dann das Signal, man sagt dann ein Down-Mixing, also herunter mixen. Das heißt, er würde den Träger entfernen. Das heißt, man hat dann nur noch ein Signal, dass die entsprechenden Bandbreite, ja, also ein Signal in der bestimmten Bandbreite, die man dann hat, also zum Beispiel 10 MHz. Also man redet dann nicht mehr über ein 2 GHz-Signal, ja, bei Wi-Fi zum Beispiel, sondern hat man eben nur noch ein Signal von 0 bis 20 MHz. Also man ist diesen Träger losgeworden. Muss ich also nicht mehr mit Gigaherzen hier rumschlagen. Würde dann eine Demodulation machen. Was das ist, haben wir eigentlich auch schon besprochen. Das ist ein Mapping von einer komplexen Zahl, also zum Beispiel bei der QAM. Ja, das war dieser Punkt in dieser gaussischen Zahlenebene, in dieser komplexen Zahlenebene. Und man würde einen dieser Punkte, und das ist ja eigentlich nur eine komplexe Zahl Z, die würde man auf einen oder mehrere Bitwerte mappen. Ja, also man diskretisiert das sozusagen runter und versucht dann zu entscheiden, welcher Bitwert das ist. Ja, das können wie gesagt auch mehrere Bitwerte sein. Das haben wir ja besprochen. Wenn wir zum Beispiel vier mögliche Punkte haben in unserer Zahlenebene bei einer 4QAM oder bei einer QPSK, dann haben wir zum Beispiel zwei Bitwerte, die wir damit kodieren. Und die versuche ich dann hier bei der Demodulation natürlich wieder möglichst genau herauszubekommen. Ja, dadurch, dass wir immer ein Rauschen drauf haben, machen wir hier natürlich auch Fehler bei dieser Entscheidung. Man nennt diese Funktion übrigens manchmal auch Demapping, weil das wirklich einfach nur so ein Mappen von einer komplexen Zahl auf eine Binärzahl ist. Ja, oder ein oder mehrere Binärzahlen. Gut, dann haben wir die Kanal-Dekodierung in vielen Systemen. Ja, bei Ethernet jetzt nicht, aber zum Beispiel bei WLAN wird das gemacht. Da werden dann eben mit Hilfe der Redundanz, die wir ursprünglich hinzugefügt haben, werden dann eben Fehler on the fly korrigiert, ja. Also in Echtzeit quasi und die Redundanz wird natürlich verworfen, was uns am Ende hoffentlich unsere originalen Quellbits wiedergibt. Ja, es kann natürlich sein, dass auch ein Fehler nicht korrigiert werden kann und vielleicht sogar nicht erkannt werden kann. Darüber sprechen wir jetzt im nächsten Kapitel, wenn wir über die CAC sprechen. Also auch die CAC ist nicht perfekt. Die hat zwar eine sehr geringe Restfehlerrate, also die lässt nur wenige Fehler durch, aber eben manchmal passiert es. Und es kann also sein, dass wir hier nicht mehr die originalen Quellbits haben. In der Regel haben wir sie aber. Also wir hoffen zumindest, dass wir es erkennen, wenn wir die originale Bitkette nicht mehr haben. Ja, dann machen wir vielleicht noch eine Formatumsetzung, setzen das also vielleicht noch von, um bei diesem Beispiel Feature voranzubleiben, von der Bitkette über einen Audio-Decoder dann um. Also das würde hier passieren, der Audio-Decoder und dann würden wir das vielleicht über einen Lautsprecher dann noch in ein hörbares Signal umsetzen, sodass sie dann auch ihren Gesprächspartner hören können. Ja, oder dass ihr Gesprächspartner sie noch hören kann in diesem Beispiel. Das ist mal so diese Grundstruktur eines digitalen Transceivers durchgespielt. Ja, Transceiver steht für Transmitter und Receiver. Das ist also, was im Modem-Chipsatz implementiert ist, so als allgemeine Vorschrift. Was hier noch erläutert ist, ist ja, dass einfach Sie an dieser Stelle, also sobald Sie modulieren und demodulieren, eine diskrete Menge von analogen Wellenformen bereits haben. Also an der Stelle hier sind Sie analog, diskrete Menge, weil wir ein digitales Telekommunikationssystem haben. Also digital bezieht sich hier eben darauf, dass Sie eine abzählbare Menge von Punkten in Ihrem Konstellationsdiagramm haben. Das heißt also, Ihr M, Groß M, das war ja die Ordnung unserer Modulation, ist eine Ganzzahl. Das bedeutet hier digital. Im Gegensatz zum Beispiel zu analogen Kommunikationssystemen, zum Beispiel einem Standardradio, so einen üblichen FM- oder UKW-Radio, da haben Sie eben nicht eine feste Menge M, also Ihr Symbolalphabet ist nicht begrenzt und das M ist keine Ganzzahl. Das ist eine, wenn überhaupt, wenn man das so sagen will, eine gebrochene Zahl. Einfach deshalb, weil Sie ja die Sprache direkt, also bei UKW-Radio, direkt auf den Träger rauf modulieren. Und da kann das ja ein beliebiger Wert sein. Und hier haben wir eben zum Beispiel bei einer QPSK oder bei einer 4QAM nur vier mögliche Werte für unsere M. Und darauf bezieht sich dieses Diskret und darauf bezieht sich auch hier oben das Wort digital. Er hat das vielleicht noch als Ergänzung zu diesem Transceiver-Block-Schaltbild. Gut, fassen wir zusammen, was sind denn die wesentlichen Funktionen in der physikalischen Schicht? Also zum einen Format, ja ich gehe jetzt hier vom Sender von links nach rechts, also Format sorgt dafür, dass meine Quellinformationen in der digitalen Form vorliegt. Hier steht es auch noch mal, das ist das Beispiel, was ich vorhin benutzt habe, einfach analoge Sprache quantisieren, samplen und in eine digitale Form umsetzen. Oder Text in ASCII umsetzen. ASCII ist ja auch eine Kodierungstabelle, da haben wir dann eine bestimmte Kodierung, die in einem bestimmten Format vorliegt. Also bestimmte Informationen, die in einem bestimmten klar kodierten Format vorliegt. So als nächstes ist der Quellkodierer, der würde zum Beispiel Redundanz entfernen, also das hatte ich ja erwähnt, zum Beispiel bei der Sprachkodierung bei einem Telefonanruf, also egal ob es DECT-Telefon ist oder ein Mobiltelefon. Das kann verlustbehaftet, das kann verlustfrei sein, ja, verlustfrei kennen Sie alles, das ist was im SIP implementiert ist zum Beispiel, das ist ein Run-Length-Coding-Verfahren. Verlustbehaftet kennen Sie auch, das ist was Sie machen, wenn Sie Video kodieren oder wenn Sie in der Regel Musik oder Audio kodieren. Gut, ja, dann passiert die Kanalkodierung, das hatte ich erklärt, da werden Redundanz-Bits hinzugefügt, die ist auch ganz gut in der Regel auf den Kanal abgestimmt, also ob das jetzt ein optischer Kanal ist oder ein Mobilfunkkanal oder ein WLAN-Kanal ist, da wird entsprechend Aufwand betrieben, um das daran zu adaptieren. Übrigens können wir sowas wie Adaptive Modulation, was ich beim letzten Mal geklärt habe, auch mit der Coderate machen, also wir können entscheiden, ob wir viel oder wenig Redundanz hinzufügen, basierend auf unserer SNR und deswegen hat man meistens eine Kombination von Adaptive Modulation und Coding, dass wirklich auch der Code, der Kanalkode entsprechend angepasst wird. So, dann hatten wir besprochen, Physical Transmit, das ist quasi das, was meine kanalkodierten Blöcke in physikalische Signale umsetzt und beim Empfänger geht das alles umgedreht. Dann machen wir weiter mit unseren Beispielen von tatsächlichen Kommunikationssystemen. Bisher war ja alles nur graue Theorie. Schauen wir uns dann mal an, wie Ethernet das wirklich macht und wie gesagt, jetzt haben sie eigentlich das Basiswissen, um das zu verstehen, was da bei Ethernet passiert. Kurz nochmal, wo halten wir uns auf? Also wir sind ja im elektromagnetischen Spektrum unterwegs, also unsere Signale sind ja im elektromagnetischen Spektrum definiert und hier dieses Diagramm zeigt Ihnen die Wellenlänge und das kann ich mir direkt auch in Frequenz natürlich darstellen eines Signals, eines beliebigen Signals. Also wir fangen hier bei einer Millionen Meter an Wellenlänge, also eine sehr lange Welle und hier hören wir bei einem Mikrometer auf oder gehen hier noch weiter hoch in der Wellenlänge, runter, Entschuldigung, in der Wellenlänge und unten sehen wir die dazugehörige Frequenz. Was ich hier blau markiert habe, sind so, wo relevante Systeme spielen, also zum Beispiel WLANs und sämtliche aktuellen Mobilfunksysteme, also alles von GSM, das wird auch 2G genannt, als zweite Generation von Mobilfunk, über LTE, das ist zum Beispiel 4G bis 5G spielt im sogenannten UAF-Band, das sind Mikrowellen. Also das ist so im 2 bis 3 Gigahertz Bereich sind das Schwingungen, die quasi letzten Endes auch eine Erwärmung nur verursachen und die sind hier in diesem Bereich repräsentiert. 5G wird in ein paar Jahren noch im sogenannten Millimeter-Wave-Band so um die 30 Gigahertz spielen, das ist momentan aber noch nicht verfügbar, das ist momentan erst in der Forschung und im Test. Daher taucht 5G hier zweimal auf. Wir werden jetzt über zwei Physical Layer reden, wir werden über die Twisted Pairs reden, das ist das Kabel mit diesen verdrillten Leitungsadern, was Sie alle kennen als RJ45-Stecker von einem normalen Ethernet, kabelgebundenen Ethernet und dann werden wir auch über optisches Ethernet reden, das spielt natürlich hier. Optisch, da reden wir dann über sichtbares Licht oder tatsächlich manchmal sogar schon über UV-Licht oder über Infrarot-Licht. Das ist was dann so in einem Lichtwellenleiter unterwegs ist. Koaxialkabel ist irgendwo dazwischen, das wird momentan für sehr spezielle Formen von Ethernet tatsächlich immer noch benutzt, also wenn Sie wirklich Highspeed-Kabel-Ethernet machen, müssen Sie auch wieder auf ein Koaxialkabel und die von Ihnen, die zum Beispiel ein Fernsehkabel verwenden, um zum Beispiel Internetzugang zu haben, haben dann auch so ein Koaxialkabel. Das Schöne bei so einem Koaxialkabel ist, dass der äußere Schirm sozusagen Interferenz abschirmt von dem inneren Leiter und dadurch können Sie da höhere Frequenzen drüber schicken über so ein Koaxialkabel und das geht dann üblicherweise auch bis gut 300 Megahertz oder tatsächlich auch mehr, manche gehen fast bis ein Gigahertz, was Sie da über so ein Koaxialkabel dann noch rüber bekommen. Twisted-Pair spielt in dem Bereich schon lange nicht mehr, auch gut geschirmt, das Cut-6 Twisted-Pair spielt nicht mehr in dem Bereich. Okay, hier ist mal eine Tabelle dieser, ja, von interessanten Physical Layers, also ich habe jetzt mal so ein Oldschool 100 Megabit pro Sekunde Ethernet, ja, das ist das, worauf Switches zum Beispiel zurückfallen oder auch WLAN-Karten, Entschuldigung, Ethernet-Karten zurückfallen, wenn Gigabit-Ethernet zum Beispiel nicht geht. Da wird, ja, dieses, diese verdrillten Leitungsadernwender verwendet, dieses Twisted-Pair, da sehen Sie diesen RJ45-Stecker da oben und da werden in diesem Kabel zwei Aderpaare verwendet, also insgesamt vier einzelne Adern. Bandbreite ist so bei 31 Megahertz. Code, ja, die habe ich Ihnen jetzt nicht erklärt, die 4B, 5B und die MLT, aber die NRZI habe ich Ihnen erklärt. Da schlagen Sie einfach ein paar Folien zurück, da wissen Sie, wie das Non-Return-to-Zero Inverted-Bit funktioniert. Wir schaffen damit eine Symbolrate von 125 Mega baut, was dann in der Datenrate von 100 Megabit pro Sekunde resultiert. Sie sehen also hier, dass wir eine höhere Symbolrate haben, also wir senden Symbole schneller raus, als wir daraus Bits extrahieren. Und wer kann mir vielleicht sagen, woher das kommt? Also warum habe ich hier eine höhere Symbolrate als eine Bitrate? Das klingt ja nach Verschwendung. Da fehlen ja, wenn ich pro Symbol ein Bit darstellen würde, würden ja 25 Megabit pro Sekunde fehlen. Vielleicht kommt jemand drauf. Nähe Redundanz ist es nicht. Wir machen hier keine Fehlerschutz Codierung. Wobei Redundanz ein sehr allgemeiner Begriff ist, aber ClockSync ja, Herr Hilchenbach, absolut korrekt. Ich habe Ihnen das erklärt beim Manchester und diese anderen Verfahren, die Sie hier sehen, also 4b, 5b und MLT, die machen so etwas ähnliches wie der Manchester und das ist Overhead. Also die 25 Megabit, die hier fehlen, die opfern wir für den ClockSync, also für den BitTakt. Maximale Distanz, das hängt natürlich auch so ein bisschen immer von der Qualität der Leitung ab, was da geht, aber so ein üblicher Wert hier für 100 Megabit pro Sekunde WLAN wäre 100 Meter. Kann man sich auch einfach merken. Gut. Ja, vielleicht noch eine Sache hier in der obersten Zeile, da machen wir die nächsten Zeilen ein bisschen schneller. Ich habe Ihnen hier immer den Standard hingeschrieben, also das ist der physikalische Standard für diesen Typ vom Ethernet. Im Ethernet stecken noch ein paar mehr Standards drin, zum Beispiel das Layer 2 ist nochmal ein extra Standarddokumenten dargestellt, also das bezieht sich hier nur auf die physikalische Schicht und wenn Sie dieses Kürzel zum Beispiel in Google reinstecken, dann kommen Sie zu den Dokumenten, wo es wirklich steht, wie es gemacht wird. Also niemand weiß technisch hundertprozentig genau, wenn Sie sagen, ich habe so ein 100 Megabit Ethernet, dann kann das sein, dass das dieser Standard ist, dann kann das aber auch sein, dass das ein Gigabit Ethernet ist, was nur im 100 Megabit Modus läuft. Also das ist nicht präzise genug. Daher ist das der präzise Begriff hier, also dieses Kürzel, das steht IEEE spricht man das hier aus, diese drei E's werden IEEE ausgesprochen. 802, das ist die Arbeitsgruppe oder 802.3 ist die Arbeitsgruppe für Ethernet, damit wissen Sie als Eingeweihter schon mal, dass das ein Ethernet Standard ist. Und Sie sehen, das unterscheidet sich ja auch nicht weiter, also die Arbeitsgruppe bleibt gleich, damit wissen wir, dass das alles Ethernet Standard sind. Und dann haben Sie hier noch so ein Kürzel, das steht für die physikalische Schicht, in dem Fall U. Und dann haben Sie auch noch eine Jahreszahl netterweise zum Beispiel. Bei WLAN hat man da die Arbeitsgruppe 802.11 und viele von Ihnen werden das auch schon mal gesehen haben und Sie wissen dann auch, dass die Geschwindigkeit Ihrer WLAN-Karte in der Regel durch den kleinen Buchstaben nach der 11 dann dargestellt wird und das ist genau auch wieder das Physikal Layer was da ausgedruckt wird. das ist wie man diese Standard Kürzel liest. Gut, kommen wir zur zweiten Zeile. Da haben wir das Gigabit Ethernet also 1 Gigabit pro Sekunde ist die physikalische Datenrate da. Kunststück die steht hier hinten natürlich auch in der Spalte und Sie sehen hier wie Ethernet das erreicht also wie wir quasi von der 100 Megabit pro Sekunde Datenrate dann auf Gigabit kommen und das erreichen wir hier indem wir zum einen erst mal die doppelte Anzahl der Leitungspaare nehmen also jetzt haben wir hier acht Äderchen also vier Paare wir haben erfordern eine bessere Schirmung im Kabel und aufgrund dieser besseren Schirmung können wir eine höhere Bandbreite rüber schicken also wir verdoppeln unsere Bandbreite hier und damit haben wir nach Shannon natürlich schon mal die doppelte maximale Datenrate also da kriegen wir schon mal einen Faktor zwei dann kriegen wir durch die Anzahl der Aderpärchen auch schon mal einen Faktor zwei also haben wir hier schon mal einen Faktor vier man überträgt hier tatsächlich mehr bits pro Symbol und das sehen sie daran dass wir hier eine erheblich geringere Bautrate als eine höhere als Bitrate haben also ich habe hier 125 Megabaut kriege aber 1000 Megabit pro Sekunde drüber und das bedeutet dass sie tatsächlich pro Symbol mehr bits übertragen müssen wenn wir einen Faktor zwei erreichen durch die doppelte Bandbreite einen Faktor zwei erreichen durch die doppelte Anzahl der Leitungspaare haben wir insgesamt einen Faktor vier den wir schon mal erreicht haben und damit und das hat der Herr Kleinschnitt sehr gut berechnet brauchen wir noch einen Faktor zwei ungefähr um auf unser Gigabit zu kommen also unser Gigabit pro Sekunde ja und damit wissen wir hier implizit aus dieser Tabelle wenn wir mit ein bisschen Fachkenntnis rangehen können wir hier schon mal ablesen dass wir hier also sowas wie zum Beispiel eine QPSK haben ja oder also ein zumindest eine vier ein vierwertiges Modulationsalphabet also vier vier Symbole und damit zwei Bits pro Symbol jetzt sind wir im optischen Bereich ja also es ist jetzt also ein Glasfasermedium das sieht dann zum Beispiel so aus also hier haben sie so diesen optischen Transceiver Teil drin das ist gekapselt weil man hier mit Laserimpulsen arbeitet die man an der Stelle eben auch nicht verlieren möchte also sind die Stecker auch so gekapselt dass da möglichst ein Großteil des Lichtsignals in den Empfänger kommt das ist dann in dem Fall nur ein Lichtleiter der verwendet wird also das heißt auch werden dann über diesen einen Lichtleiter ausgedrückt ja ist trotzdem Full-Duplex-Medium weil man quasi den abwechselnd verwendet diesen Lichtleiter also einmal für den Kanal von Sender und Empfänger und einmal den Rückkanal vom ursprünglichen Empfänger auf den ursprünglichen Sender dann Bandbreite ist sehr sehr gering das kommt einfach daher dass das bei einem optischen Impuls eigentlich keine große Rolle spielt weil sie nur eine Licht Farbe verwenden und die hat dann natürlich nur eine geringe Bandbreite und zwar hier ist nochmal die Wellenlänge angegeben von 33 Metern man kriegt aber die hohe Datenrate hin und zwar hier von eine Datenrate von 10 Gigabit pro Sekunde indem man eben eine sehr hohe Symbolrate hat also mit anderen Worten meine Laserimpulse sind hier sehr kurz oder sehr viele Laserimpulse pro Sekunde und zwar 1 Giga also 10 hoch 9 Laserimpulse pro Sekunde die darüber gesendet werden je nachdem welches Kabel man jetzt verwendet also welchen Lichtleiter man verwendet kriegt man jetzt Distanzen von 25 bis 400 Metern damit überbrückt 400 Meter wäre so eine Single Mode Faser das ist eine einzelne sehr sehr dünne Faser die man auch selber nicht mehr zum Beispiel modifizieren kann also man kann dafür zum Beispiel selber keinen Stecker mehr draufsetzen das muss ein Profi machen oder das muss in der Fabrik dann gemacht werden unter Reinraumbedingungen 25 Meter das werden so Multimode Fasern da kann man im Notfall selber auch noch einen Stecker drauf montieren das ist dann etwas dickerer Lichtleiter in dem sich aber eben der Laserimpuls nicht so schön geradlinig mit geringer Dämpfung ausbreiten kann und deswegen verlieren sie da Distanz das mal so ganz allgemein ausgedrückt also ich hoffe man sieht hier so ein bisschen den Unterschied zwischen diesen einzelnen Physically Layer Standards auch gerade ich finde es sehr interessant übrigens was so der Unterschied zwischen Optisch und Kupfer hinsichtlich der Bandbreite ist also dass man bei Optisch dann wirklich bei hohen Symboltakten landet aber eben trotzdem das noch bei einer niedrigen Bandbreite hinkriegt wohingegen das beim Kupfer gar nicht geht im Vergleich zu diesen Kabelstandards mal ein paar WLAN Standards Sie sehen ich habe es eingangs schon erwähnt hier sind wir jetzt in der Standardgruppe IEEE 802.11 und dann fangen wir mal mit dem alten Standard an der immer noch aus Kompatibilitätsgründen von den meisten WLAN Karten unterstützt wird das ist der 802.11b Standard der ist so um die A1000-Wende rausgekommen auf den Markt gekommen 99 standardisiert worden spielt Frequenzband 2,4 Gigahertz warum gebe ich das Frequenzband jetzt getrennt nochmal an vorher bei Ethernet habe ich es ja nicht angegeben vielleicht kommt ja einer von Ihnen drauf warum ich jetzt hier die Trägerfrequenz angebe dann denken Sie nochmal über die verschiedenen Typen der Übertragung nach dann können Sie ja mal rein tippen in den Chat welchen Typ Übertragung ich jetzt habe und welchen Typ ich vorher hatte zum Beispiel bei Ethernet Ethernet ist Basisband genau Herr Buchner absolut korrekt da lade ich es direkt mit dem Schalter sozusagen rauf ja optisch ist da noch eine Ausnahme an der Stelle natürlich da muss ich mich für eine Lichtfarbe entscheiden das mache ich durch die Auswahl des Lasers genau korrekt dadurch beim Basisband gibt es keine Trägerfrequenz ja ich lade es direkt ab ich fange ab 0 Hertz sozusagen an und im Gegensatz dazu gibt es bei WLAN natürlich im Funk eine Trägerfrequenz die hier zum Beispiel bei 11b bei 2,4 Gigahertz liegt ja und da wird üblicherweise die Centerfrequenz angegeben also sozusagen die Mitte des Kanals ja und um diesen Träger rum schwingt sozusagen mein Signal und das heißt ich habe also jetzt so 11 Megahertz links und 11 Megahertz rechts vom Träger habe ich jetzt das Signal was so rum schwingt und mir dann eben meine Daten moduliert ja also Shannon gilt hier natürlich auch aber man rechnet natürlich nicht bitte mit dem Träger sondern man rechnet natürlich mit der Signalbandbreite ja das ist so ein so ein Kodierungsverfahren im Prinzip so aus den aus den 50er 50er Jahren verwendet man im Mobilfunk noch so bei den niedrigeren Standards ganz gerne nochmal und beim Ethernet auch in den alten Standards ist aber ein sehr altes verfahren und ist daher auch nicht wirklich effizient ja damit hat man so je nach SNR Bitraten hingekriegt zwischen 1 von 1 bis 11 Megabit pro Sekunde und ja konnte so im Freifeldraum also Loss steht hier für Line of Sight ja das ist also eine direkte Sichtverbindung konnte man so 100 Meter so in etwa hinbekommen ja das ist sind natürlich nur Schätzwerte das ist dann auch wieder die Frage welche Fehlerrate man da haben möchte wenn man eine höhere Fehlerrate erlaubt kann man natürlich auch noch mit einem niedrigeren Signal irgendwas empfangen muss dann aber mit den Fehlern leben und dann könnte man die Distanz entsprechend auch erhöhen gut dann kam ein wichtiger Standard der ist auch noch ein bisschen alt jetzt aber der ist immer noch wichtig wird auch noch von allen WLAN-Karten unterstützt das ist eine 11G 802.11G auch so kurz nach der Jahrtausendwende raus spielt im selben Band wie 11B 2,4 Gigahertz 20 MHz Bandbreite warum nur 20 MHz naja die Filter sind ein bisschen besser geworden und man brauchte da keinen Schutzabstand für die Nachbarkernäle mehr das was ich Ihnen hier gebe ist die Signalbandbreite das heißt nicht dass man alles davon genau für Daten verwendet also man braucht immer noch so ein bisschen Schutzabstand weil man wenn man schlechtere Filter hat ist die Trennung sozusagen links und rechts von der Bandbreite ein bisschen schlechter und da muss man eine Lücke lassen das musste man bei 11B noch das hat man bei 11G nicht mehr gebraucht 11G verwendet ein modernes Multiträgerverfahren das habe ich Ihnen ja auch nicht erklärt erkläre ich Ihnen gerne auch im Hauptstudium das nennt sich OFDM das ist mal gehört haben das ist was momentan alle modernen drahtlosen Systeme und auch DVBT und auch DSL machen ja bei DSL heißt es manchmal anders ist aber tatsächlich auch ein OFDM und basierend darauf setzt man dann eine QUAM ja die QUAM habe ich Ihnen erklärt das war die Creditor Amplitude Modulation das ist im Prinzip eine Kombination aus Phasenmodulation und Amplitudenmodulation und dann habe ich Ihnen hier die Werte M angegeben ja also das ist die das Symbolalphabet also zwei mögliche Symbolwerte werden dann ein Bit pro Symbol und dann haben Sie hier 64 mögliche Symbolwerte ja das müssten dann 5 Bit pro Symbol sein wenn ich richtig gezählt habe und ansonsten korrigieren Sie und damit kriege ich jetzt wieder je nach Auswahl von meinem M und auch übrigens Auswahl von meiner Codierrate also von meinem Fehlerschutzcode den ich auch noch habe kriege ich jetzt Bitraten hin zwischen 6 und 54 Megabit pro Sekunde und Sie können mir jetzt gerade auch mal in den Chat schreiben welche physikalische Größe denn definiert welche Datenrate ich hier habe also im Transziver definiert mir das mein M und meine Coderate aber warum woher kommt diese Wahl des Transzivers welche physikalische Größe würde das definieren also auf Basis welcher Messung würde der Empfänger entscheiden welche Datenrate er denn gerne hätte können Sie mal nachdenken tippen Sie mal ich erzähle mal ein bisschen weiter ja maximale Reichweite in etwa das gleiche ja weil man ist ja hier auch im selben Band ja also man hat jetzt keine großen schlimmere Dämpfung oder sowas als als bei 11b daher ist man hier im wesentlichen genauso robust und kann auch genauso weit funken SNR absolut korrekt Herr Hilchenbach und Herr Hessinger ja das ist letzten Endes die SNR Messung ja wobei man Rauschen messen ist immer sehr schwierig daher misst man in der Regel auch nur das Empfangssignal also die Empfangssignalstärke in Telco sprech RSSI RSSI also Received Signal Strength Indicator ist dann tatsächlich das was wir was was wir in einem Empfängerschipsatz messen und basierend auf dieser RSSI die übrigens in dBm angegeben wird ja also Dezibel Milliwatt definieren wir welche Quammen wir dann gerne hätten und welche Grotrate wir dann gerne hätten ja ist die RSSI niedrig also haben wir wenig Milliwatt als im Empfangssignal dann wählen wir ein niedriges M empfangen wir viel Milliwatt ja also in Bezug auf unser Rauschen natürlich also eine hohe SNR dann können wir auch gerne mal eine 64 Quammen machen ja gut ich komme jetzt zum ja letzten Physical Layer was ich noch besprechen will das ist ein moderneres Physical Layer das ist das 802.11ac das sollten Sie in der Regel in einem modernen Laptop drin haben wenn Sie ein teureres Handy haben sollten Sie das auch in einem modernen Handy drin haben preiswertere Modelle implementieren oft die 5 GHz WLAN Standards nicht daher sage ich teureres Handy preiswertere Chipsätze also WLAN Chipsätze lassen diesen 5 GHz weg weil es ist ein bisschen aufwendiger 5 GHz Frequenzen zu unterstützen man muss da zum einen muss der Chipsatz beide Bänder unterstützen und zum anderen muss er ein bisschen genauer sein was so die Synchronisation angeht und was so das Antennendesign angeht weil höhere Trägerfrequenzen erfordern da eine ein bisschen bessere Bauqualität ja auf Ihre Frage, Herr Hilchenbach 11ax ist so ähnlich ja das ist sehr stark mit dem AC verwand ich glaube man hat da noch mal an der Bandbreite rumgeschraubt und hat da auch noch mal eine höhere Quammen genommen ich glaube tatsächlich dass AX bis 1024 1024 Quammen machen kann aber das ist so was ich Ihnen aus dem Kopf gerade sage das schauen Sie da ruhig mal nach also aber an sich ist auch AX ein 5,2 GHz WLAN Standard ja also sprechen wir über diese 5,2 GHz Standards wie gesagt höhere Trägerfrequenz als vorher dadurch leider auch eine höhere Dämpfung weil höhere Träger oder Signale in einem höheren Frequenzbereich stärker gedämpft werden ja also man kann so flapsigerweise sagen je höher ich in den Gigahertz Bereich gehe desto lichtähnlicher verhält sich mein Funksignal und naja Sie wissen dass Licht von der Wand gedämpft wird und das heißt also hier bin ich bereits in einem Bereich wo ich mit Wänden größere Probleme bekomme ja als zum Beispiel im 2,4 Gigahertz Bereich also wenn Sie Reichweite wollen gehen Sie nicht in den 5 Gigahertz Bereich gehen Sie in den 2,4 Gigahertz Bereich Signalbandbreite ja das Schöne ist im 5,2 Gigahertz Band hat man viel Platz ja also da kann man zum Beispiel 80 Megahertz Bandbreite nehmen oder auch 160 wenn man Kanalbündelung nimmt das ist natürlich das sehen Sie im Shannon dass Ihnen das natürlich direkt eine Erhöhung der Datenrate bringt ja also hier zum Beispiel um Faktor 4 ja oder im Vergleich zur 20 Megahertz beim 11 G und Sie sehen dass wir dann wenn wir mit dieser niedrigen Reichweite leben tatsächlich auch die Modulationsordnung noch mal ein bisschen weiter erhöhen können und die Datenrate entsprechend auf 8 Bit pro Symbol dann erhöhen können also mit einer 256 QAM bei 11 AC und der Herr Nosfer hat gerade nachgeschaut und das verifiziert was ich vorhin gesagt habe ja also bei 11 AX also einem noch moderneren WLAN Standard würde man da tatsächlich bis 1024 QAM gehen bei 1024 Modulationsschritten oder Modulationssymbolen kommen wir dann auf 10 Bit pro Symbol im Maximum ja und Sie haben gerade gelernt warum Reichweite Datenrate kostet weil ich je geringer ich meine Reichweite mache umso höher ist die SNR die ich empfange also die Signalleistung die ich empfange bei konstantem Rauschniveau angenommen und je höher meine SNR ist umso höheren kann ich meine Modulationsordnung wählen umso mehr Bits pro Symbol kann ich übertragen ja also ganz kurz gesagt Datenrate kostet Reichweite also höhere Datenrate kriegen Sie nur bei geringer Reichweite weil Adaptive Modulation und Coding ja oder Adaptive Modulation das so will weil Adaptive Modulation dann eben bei höherer Reichweite die Datenrate runterdrehen muss also ein kleineres M wählen muss damit Ihre Bitfehlerrate nicht zu stark ansteigt ja und den Zusammenhang sieht man hier sehr gut und deswegen erlaubt WLAN natürlich diese Stufen und erreicht damit zum Beispiel im Falle von 11AC dann Bitraten zwischen 32 Megabit pro Sekunde und 1,7 Gigabit pro Sekunde ja ich habe das hier mal nur für diesen Modus 80 MHz Bandbreite und ein Stream dargestellt da gibt es noch verschiedene andere Operationsmodi die dann entsprechend auch andere Datenraten erreichen wofür steht hier ein Stream ja 11AC und auch 11AX erlauben ein paralleles Übertragen von Datenströmen auf mehreren Antennen also wenn Sie zum Beispiel am Empfänger und am Sender jeweils zwei Antennen haben können Sie zwei Datenströme parallel übertragen und damit können Sie die Datenrate fast verdoppeln nur fast weil man da auch ein bisschen Overhead braucht und weil man da auch ein bisschen was durch Fehler verliert daher kriegt man keine exakte Verdopplung hin aber das sind dann sogenannte MIMO-Systeme das steht für Multiple Input, Multiple Output die dann so ein paralleles Übertragen von mehreren Datenströmen zwischen mehreren Antennen erlauben Sie können so sagen, da hat man den Raum noch parallel als Ressource gut das ist die letzte Folie zum Physical Layer ich fasse mal zusammen also was macht das Physical Layer? naja das macht aus Datenbits physikalische Signale und rückwärts also aus physikalischen Signalen dann am Empfänger wieder Datenbits diese physikalischen Signale breiten sich durch den Raum aus entweder durch den Äther durch den elektromagnetischen Äther das wäre dann zum Beispiel drahtlos oder durch einen Lichtleiter das wäre dann ein optisches Ethernet zum Beispiel oder eben auch durch ein Kupferkabel bei einem klassischen Kupfer-Ethernet da gibt es verschiedene Formen ja, wir haben verschiedene Effekte kennengelernt bei der Signalausbreitung also zum Beispiel eine ganz einfache lineare Abschwächung aber auch eine nicht-lineare Abschwächung Dispersion haben wir kennengelernt die zum Beispiel zur Übersteuerung führt indem sich zum Beispiel Teile des Signals wiederholen überholen hatte ich kurz erwähnt passiert oft im optischen Medium und wir haben die grundsätzlichen Grenzen kennengelernt die im Wesentlichen durch die Bandbreite und durch das Rauschen definiert werden und Shannon's Formel ist im Prinzip eine ganz einfache Art diese Grenze darzustellen Sie sehen, die hängt ja nur von Bandbreite und Rauschen ab Basisbandübertragung haben wir im Ursprung diskutiert das ist das direkte Heraufgeben eines Signals zum Beispiel eines Rechteck-Signals also eines rechteckigen Datensignals auf einen Kanal und dadurch bekomme ich so einige Probleme ja, theoretisch habe ich ja eine unendliche Bandbreite die ich irgendwie darstellen muss ich kann das natürlich auch nicht machen wenn ich Nachbarn habe zum Beispiel wie im Funkkanal ja, da muss ich mich ja entscheiden da kann ich ja nicht das gesamte Band für mich alleine verwenden und daher haben wir Trägermodulation besprochen ja, also als Breitbandübertragung auch genannt und manchmal geht es eben auch nicht ohne einen Träger also zum Beispiel bei DSL wo wir ja unser DSL-Datensignal noch von dem klassischen Telefonsignal was im niedrigeren Band als Basisbandsignal unterwegs ist trennen müssen ja, Bitfehler haben wir besprochen wo die herkommen und wir haben auch besprochen wie man die misst als Bitfehlerrate und die kommen einfach daher dass der Empfänger ein empfangendes Symbol ja, empfangene Symbole mit dem Originalsymbol verwechselt also er kann anhand eines empfangenden Symbols nicht mehr die korrekte Entscheidung über das ursprünglich gesendete Symbol durchführen und damit bekommen wir einen Bitfehler wenn wir mehr als ein Bit pro Symbol modulieren bekommen wir da sogar ein Mehrfach-Bitfehler bei so einer Verwechslung also ein Beispiel von 11ax 802.11ax im maximalen Fall hatten wir 10 Bit pro Symbol wenn ich jetzt ein Symbol verwechsle beim Empfang habe ich bereits einen 10-Bit-Fehler ja, Bits können kombiniert werden genau das habe ich jetzt implizit schon erklärt nochmal das sind mehrfachwertige Symbole das ist dann die höherwertige Modulation sagt man dazu auch also zum Beispiel eine M-QAM und M steht eben für die Anzahl der möglichen Levels und LOG2M wäre dann natürlich die Anzahl der Bits die wir da drauf modulieren können und das erlaubt so etwas wie adaptive Modulation die auf Basis der empfangenen SNR also der SNR am Empfänger dann entsprechend die Datenrate über das Einstellen von M wählen kann und dann die Anzahl der Bitschern und dann der Bitschern